Stell dir vor, es ist Sonntag und die Glocken läuten nicht in Schopp. Stell dir vor, du fährst an Schopp vorbei und du siehst keinen Kirchturm mehr in Schopp. Stell dir vor, der Schopper Kirchturm könnte vielleicht noch ein paar Jahre bestehen. Dann mach mit und spende etwas für die Renovierung des Kirchturms der protestantischen Kirche in Schopp. Ihr seht hier den Schopper Kirchturm der protestantischen Kirche. Undenkbar, wenn es diesen Kirchturm nicht mehr gäbe. Er gehört sozusagen zum Dorfbild von Schopp dazu. Das ist das Wahrzeichen von Schopp, wenn man die Bundesstraße vorbeifährt. Und dieser schöne Kirchturm ist also dringend sanierungsbedürftig. Ich habe euch vorhin ein paar Nahaufnahmen gezeigt. Da sieht man schon oben zwischen den Zifferblättern, wie der Mörtel aus den Fugen herausbröselt und irgendwann mal droht, dass der ein oder andere Stein aus dem Turm herausfällt. Deswegen sind wir ganz dringend und herzlich auf eure Spenden angewiesen. Also wenn ihr etwas spenden wollt für die Renovierung des Schopper Kirchturms, die vielleicht mit viel Glück noch dieses Jahr angegangen werden kann, dann könnt ihr euch sehr gerne an mich wenden oder an Mitglieder aus dem Presbyterium. Ruft einfach an, wenn ihr etwas spenden wollt zu den Bürozeiten mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr oder auch sonst. oder Ruf Nummer 06307395 oder geht auf die Internetseite unseres Kirchenbezirks unter www.kirche-in-kl.de. Da ist auch nochmal die genaue Bankverbindung für Spenden aufgeschrieben. Und wenn ihr wollt und etwas spendet, stelle ich euch auch Spendenbescheinigungen aus. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr für unseren Kirchturm in Schopp spenden würdet. Vielen, vielen Dank im Voraus.